Die Geschichte der Welt von Christian Grataloup ist ein umfassendes Werk, das die Entwicklung der Menschheit und ihrer Gesellschaften von der Antike bis heute darstellt. Der Autor geht dabei chronologisch vor und beleuchtet wichtige Ereignisse und Entwicklungen in den verschiedenen Regionen der Welt. Zu Beginn des Buches wird die Entstehung und die frühen Gesellschaften des alten Ägyptens und des alten Griechenlands beschrieben. Dabei werden die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen, die in dieser Zeit stattfanden, detailliert dargestellt. Im Laufe der Zeit werden auch andere bedeutende Regionen wie China, Indien und das Römische Reich behandelt. Der Autor zeigt, wie sich diese Gesellschaften entwickelten und wie sie von außen beeinflusst wurden. Das Buch umfasst auch die Geschichte Europas und der neuen Welt, insbesondere die Kolonisierung und die damit einhergehenden Veränderungen. Es werden auch die wichtigsten Revolutionen und politischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts behandelt, wie zum Beispiel die Industrielle Revolution und die Weltkriege. Grataloup geht auch auf die Entwicklung der Globalisierung und der modernen Weltwirtschaft ein und beschreibt die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die verschiedenen Regionen der Welt. Das Buch zeigt auch die Verbindungen und Einflüsse zwischen den verschiedenen Regionen und wie sie miteinander in Verbindung standen und sich gegenseitig beeinflusst haben. Auch die Rolle der Kunst, der Philosophie und der Wissenschaft werden in diesem Buch behandelt und in den Kontext der jeweiligen Zeit eingebettet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den historischen Persönlichkeiten, die während der verschiedenen Epochen eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Autor geht auf ihre Biografien und ihre Ideen ein und zeigt, wie sie die Welt verändert haben. Das Buch endet mit einem Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen und Probleme, denen sich die Menschheit heute stellen muss, wie zum Beispiel der Klimawandel und die globalen wirtschaftlichen Unterschiede. Grataloup betont dabei die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit und eines gemeinsamen Verständnisses der Geschichte, um die Zukunft gestalten zu können. Insgesamt ist die Geschichte der Welt von Christian Grataloup eine umfassende und detaillierte Darstellung der Entwicklung der Menschheit und ihrer Gesellschaften und bietet eine tiefgründige Analyse der verschiedenen historischen Ereignisse und Entwicklungen. Es eignet sich besonders für Leser, die sich für die Geschichte der Welt interessieren und einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte erhalten möchten. Christian Grataloup ist Professor an der Universität Paris-Diderot und gehört zu den führenden Experten für Geogeschichte. Patrick Boucheron ist Professor am College de France und gilt als einer der renommiertesten Historiker Frankreichs. Sein herausgegebenes Werk, Die Weltgeschichte Frankreichs, war in Frankreich ein Bestseller. Von mir bekommt das Buch eine Leseempfehlung. Dem Buch gebe ich 8 von 10 Sternen. Den Link zum Buch findest du unten in den Beschreibungen. Gefällt dir das Buch auch? Dann abonniere doch gern unseren Kanal. Damit erhältst du kostenlose hilfreiche Zusammenfassungen von weiteren interessanten Büchern. Schläger